Hey. Hi. Du hast wieder angefangen zu malen? Ah, ja. Es ist tolles Licht hier oben. Ja. Weißt du, ich möchte mich entschuldigen für die Telefonanrufe, Herr. Ich hätte dich nicht so bedrängen sollen. Und du dachtest, hier unangekündigt aufzutauchen, wäre der beste Weg, mir das mitzuteilen? Tschüss. Ja. Bitte kannst du... Nein, nein, ich möchte, ich möchte, dass du ihn hast. Zusammen mit, zusammen mit diesen hier. Ich... Ich habe sie unterschrieben. Wieso jetzt? Ich hatte vor einiger Zeit so einen Fall, weißt du, ein Paar wäre fast ertrunken. Als ich endlich dort eintraf, war der Mann dabei, seine Frau unter Wasser zu drücken, um selbst nicht unterzugehen. reiner Überlebensinstinkt. Es hat mich viel Zeit gekostet, um zu verstehen, dass ich dieser Mann war. Entschuldige. Willst du da nicht drangehen? Ich bin kein Rettungsschwimmer mehr, Helm. Ich bin kein Rettung. Ich bin ein Rettungsschwimmer. Ich bin ein Rettung. Ich bin ein Rettung. Ich bin ein Rettung. Baby.